Hallo liebe Freunde, hier ist DJ Matze und ich habe ein paar Anfragen gekriegt, ob ich nicht wieder angebraten statt aufgelegt machen kann. Und ich habe jetzt wieder ankommen. Machen wir nochmal eine schöne Sendung. Ich hoffe es gefällt euch. Heute gibt es Weißkohl Hakefleisch Eintopf. Seid gespannt, viel Spaß. Ich bin heute mal gefragt worden, ob ich mein Hakefleisch Weißkohleintopf frisch mache oder aus der Konserve. Also natürlich mache ich den frisch und das sind die Zutaten. Weißkohl, Kartoffel, Zwiebel, natürlich Hakefleisch, Möhren, Knoblauch, Pori, Sellerie, frische Petersilie und Tomaten. Manchmal brauchen wir noch Kümmel, Pfeffer aus der Mühle, Salz, Paprika scharf und Paprika edelsüß. Und nachher der Klecks Creme fraiche darf ebenfalls nicht fehlen. Jetzt ist alles klein geschnüppelt. Jetzt können wir uns ans Braten ran machen. Zwiebeln habe ich ein bisschen rüber gelassen, weil wir auch einen Biss haben. Knoblauch, ach ja, Peperoni. Ich mag es manchmal ein bisschen gerne schärfer. Habe ich noch eine Peperoni klein geschnitten. Und die Flasche Bier ist auch noch dazu gekommen. Was damit passiert, seht ihr gleich. So, ich habe jetzt Olivenöl in der Pfanne, beziehungsweise so einen Bräter. Das ist schon schön heiß. Da kommt jetzt das Habfleisch rein. Habfleisch. Schön scharf anbraten. Jetzt kommt als nächstes die Tomatenmacht dazu. Röstere ich dann so eine Minute lang mit. So, jetzt kann man auch schon ein bisschen Salz und Wasser dazugeben. Dann kommt als nächstes die Zwiebeln mit dazu. Und dann kommt als nächstes die Zwiebeln mit dazu. Und dann kommt als nächstes die Zwiebeln mit dazu. Und dann kommt als nächstes die Zwiebeln mit dazu. So, jetzt gebe ich Zwiebeln, Zwiebeln, Zwiebeln und Nürn. Jedenfalls mit dazu. Das lasse ich jetzt noch mal so gute 3-4 Minuten mit anschwitzen. Und dann kommt als nächstes die Zwiebeln mit dazu. Und dann kommt gleich der Weiß drüber zu. So, das Bier ist eingekocht. Die Brühe ist aufgefüllt. Jetzt stellen wir es etwas runter auf kleinere Flamme. Und lassen das Ganze, sagt man überhaupt noch Flamme? Es ist ja Rahnfeld. Ihr wisst, was ich meine. Und lässt das Ganze jetzt so eine gute 3-4 Stunden vor sich hin küffeln. Dann nachher im Finale kommen, wie gesagt, 4-4 Stunden vor Schluss die Kartoffeln noch dazu. Weil die dann nachher noch schön biskriegen. Und dann sehen wir uns zum Essen wieder. So, das Essen ist fertig. Das ist der Weißkohl-Hackfleisch-Eintopf. Wohl bekommst's. Guten Appetit.